Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin Ulle Ulle. Und heute sind wir wieder mit Holzi unterwegs, der diesmal im Zug mit German Castrup ist. Holzi mit seinem Canavan und German Castrup mit seinem P-44 Pantera auf Mannerheim-Linie. Und sie entscheiden sich für die linke Seite, eigentlich die Medium-Seite. Also, alles richtig. German Castrup fährt schon mal vor, um ein bisschen Licht zu machen. Fängt sich auch schon mal der erste. Jetzt tauschen sie da Plätze, weil der Canavan definitiv einen härteren Turm hat. Eis. 5-8-35 cerve. 1-2-1. 8-4-35isen. 9-3-26 an. Okay, mit Mauerbrecher auf der Seite ist natürlich auch mal eine Ansage. Okay, mit Mauerbrecher auf der Seite ist natürlich auch mal eine Ansage. Okay, mit Mauerbrecher auf der Seite ist natürlich auch mal eine Ansage. Okay, mit Mauerbrecher auf der Seite ist natürlich auch mal eine Ansage. Okay, mit Mauerbrecher auf der Seite ist natürlich auch mal eine Ansage. Zur Zeit sieht es gar nicht so gut aus. 4 zu 6 steht es und von der HP verliert halt das Team wirklich sehr sehr schnell immer mehr. Wenn man das sieht, beim heutigen Team, die haben noch 5488 HP und im Gegner Team noch 10700. Also, mit Mauerbrecher auf der Seite ist natürlich auch mal eine Ansage. Feueramt ist erteilt! Erwischt! Ich sehe sie nicht mehr! Auf dem Turm brauchst du nicht schießen, Jum. Das sieht es aber auch nicht ein mal ein bisschen hinter den Fels zu fahren oder irgendetwas. Und lässt sich halt einfach abfahren mit seiner IS-3. Aber war auch nicht der beste Spieler, sag ich mal. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mittlerweile sieht es ja schon besser aus, 11 zu 9, nur von der HP ist halt das Gegner-Team noch besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020